moin leute ein ganz herzliches hallo zu dieser neuen prognose tipp wie immer gerne mit in den kommentaren würde mich auf jeden fall freuen die erste fifa 21 prognose in der ersten bundesliga steht an es gibt auch wieder eine konferenz ansonsten auch die timelinks dann springt ihr direkt zu der zusammenfassung von eurem verein lasst später gerne daumen nach oben und abo da würde mich auf jeden fall freuen ansonsten jetzt vielen dank fürs reinschalten und los und damit ein ganz herzliches hallo zum vierten spieltag der fußball bundesliga die samstagskonferenz steht an wir haben fünf spiele dabei unter anderem dieses hier tsg 1899 hoffenheim gegen den bvb beide mit sechs punkten aus zwei spielen gestartet durchaus zufriedenstellend aber vor allem für den bvb hat man sich vielleicht doch etwas mehr erhofft deswegen sollen heute die nächsten drei punkte her hier in sinzheim wird aber nicht einfach gegen die elf von sebastian höhn ist wir schauen nach mainz auch hier wird es für beide mannschaften nicht wirklich einfach sie stecken auf ihre arten und weisen jeweils in der krise mainz muss man nicht drüber sprechen null punkte nach drei spielen das geht es natürlich gar nicht aber auch leverkusen hat drei punkte drei mal unentschieden gespielt irgendwann muss man halt auch gewinnen wenn man oben angreifen das war es hier erst mal aus mainz wir schauen nach augsburg in der fuggerstadt ist rb leipzig zu gast der tabellenführer momentan sieben punkte nach drei spielen damit kann man durchaus leben zumal da auch leverkusen dabei war für den fc augsburg als überraschungsmannschaft ist es aber auch eine durchaus positive herausforderung sie haben auch sieben punkte mit einem sieg würde man an leipzig vorbeiziehen und damit möglicherweise auf tabellenführer werden das war's von hier wir schauen in die hauptstadt die hertha aus berlin hat den vfb stuttgart zu gast und am ersten spieltag sah das alles noch anders aus da hatte hertha gewonnen und stuttgart verloren jetzt hat der vfb vier punkte also noch einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt die hertha hat zweimal verloren seit dem ersten spieltag das möchte man hier zu hause dann doch wieder aus baden die schwaben werden es den berliner aber nicht einfach machen und das wird auch in freiburg so ablaufen der sc freiburg der gegen den bvb gnadenlos unterlegen war hat heute den sv werder bremen zu gast im schwarzwaldstadion im letzten jahr konnte sich der sv werder bremen mit einem 1 zu 0 sieg hier die möglichkeit auf den klassen erhalt erspielen und momentan sieht es besser aus bei den bremern sechs punkte nach zwei spielen nach drei spielen natürlich aber sicher ist man da noch lange nicht freiburg möchte aber auch gewinnen und wir starten in hoffenheim mit dieser konferenz der bvb in den gelben trikots von rechts nach links hoffenheim im bei besitz von links nach rechts rechts ja der bvb hat es mal wieder unter beweis gestellt das signal iduna stadion der signal iduna park das westfalenstadion das ist eine festung da haben sie jetzt die ersten beiden spiele auch mit einem sehr positiven torverhältnis von 7 zu 0 wieder mal verteidigen können aber auswärts da müssen sie eben noch über sich hinaus wachsen da verlor man am zweiten spiel tag beim fc augsburg hoffenheim fühlt sich tendenziell auch zu hause etwas wohler wobei man einmal zu hause einmal auswärts gewonnen hat hier gegen den bvb ist es dann aber vielleicht eine richtige beweisprobe und jetzt gab es hier gerade mal nach fünf minuten die erste möglichkeit witzel testet baumann das also die ersten eindrücke von hier aus sinzheim direkt mal ein abschluss wir schauen weiter springen in die opel arena zum ersten fsv mainz 05 mainz in rot leverkusen in schwarz seitenwechsel auf die linke außenbahn kommt hierfür die abi aber zu weit man ist skeptisch in mainz und das kann man tatsächlich auch sein es ist turbulent gewesen an den ersten spieltagen auch im pokal konnte man sich dann am ende aber immer noch durchsetzen jetzt startet man mit drei spielen und drei niederlagen das 4 zu 0 bei union berlin schon unter dem neuen trainer lichte das wirft dann doch schon mal wieder neue fragen auf jetzt hatte er aber zwei wochen zeit das ganze hier in die richtigen bahnen zu lenken und die elf von peter boss unter druck zu setzen der leverkusener fan ist ja mit drei punkten aus drei spielen sicherlich auch nicht mehr so zufrieden aber meins ohne frage in der noch etwas beklemmenderen situation von beklemmender situation kann hier in augsburg nicht der fall sein der fc augsburg kommt hier gerade in den weißen zirkus gegen die in violett gekleideten gäste sieben punkte das ist wirklich eine hammer ausbeute für die jungs aus der fugger stadt und sie machen das wirklich gut heute gegen rb leipzig der nächste favorit hier auf die champions die plätze daheim zu gast gegen den bvb hat es ja gut geklappt da gewann man hier mit 2 zu 0 und gegen leipzig hat man auch immer gute chancen cali juri zieht in den strafraum ein schöne drehung dann kommt die grätsche er wird aber nicht erwischt cali juri bleibt auf den beinen und im ball besitzt den kriegt er nicht zurückgelegt wir legen aber weiter ins olympiastadion der vfb stuttgart kommt hier gerade von salo castro schöner ball zu sasa kalajic und was war da denn los 1 zu 0 für die gäste sasa kalajic reingeschickt von castro aber das darf da in der mitte nicht passieren bojata lässt sich da abschütteln versuchte rein zu grätschen klappt aber überhaupt nicht und alexander schwolo ist überwunden der vfb stuttgart beim ersten auswärtsspiel der saison in mainz konnte man so richtig überzeugen und das sieht momentan auch wieder richtig gut aus die hertha ist hier unter druck hat aber auch derzeit entsprechend noch touren augsburg lichkeiten das hier wieder in die richtige bahn zu lenken und jetzt schauen wir nach augsburg da ist der zweite treffer gefallen ebenfalls für die gäste emil forsberg bringt leipzig in führung das geht über die rechte seite zieht sich über die zentrale und dann ist man plötzlich im strafraum emil forsberg handlung schneller als du du okay und gigge witz kann dann nichts mehr machen aus kürzester tour in freiburg also rb leipzig als spitzenreiter erfüllt sein job wie sich schaut es denn in freiburg aus das 1 zu 0 für den sc freiburg die gastgeber gehen in führung und das ist nils petersen der ex verderaner kommt da auch im strafraum zum abschluss dass es sträflich gibri selassi ist zwar dran aber kommt nicht mehr an den ball und pavlenka ist überwunden der dritte treffer jetzt in dieser konferenz wir kommen also langsam rein hier einundzwanzigste spielminute nicht unverdient zu diesem zeitpunkt der sc freiburg macht es wirklich gut hier im schwarzwaldstadion und werder bremen jetzt unter druck das heimspiel in gelsenkirchen konnte man erfolgreich bestreiten dann gewann man zu hause gegen bielefeld heute gegen den sc freiburg aber eine mannschaft die noch etwas mehr dagegen hält wie es scheint schon jetzt im abseits über rechts außen tour in hoffenheim und wir holen uns den nächsten treffer ab und zwar in hoffenheim hier ist es dann wieder eine führung für die gäste axelwitzel für schwarz gelb behauptet sich da am 16 meter raum an der kante zum strafraum dreht sich rein und macht das fast im stile eines mittelstürmers bahnt sich den weg frei gegen zwei sinzheimer und drisch den ball dann aus 15 metern unten links rein 23 spielminute 1 zu 0 für die gäste dortmund auch etwas besser in der partie hoffenheim tut sich noch schwer in der kreation von großen möglichkeiten weitestgehend und der bvb hatte ja eben auch schon eine frühe möglichkeit die haben wir gesehen live on air und das zahlt sich jetzt aus also 1 zur hilfe für die gäste wir warten auf den nächsten treffer in der konferenz vielleicht hier in mainz während wir unten einmal die zwischen resultate sehen vier tore bislang geht ja dann doch ganz gut hier allerdings die einzige partie noch ohne einen einzigen treffer aber das liegt auch an ungenauigkeiten wie diesen hier wie dieser hier beispielsweise wirklich viele tor möglichkeiten haben wir bislang leider noch nicht gesehen leverkusen etwas bemüht da mainz möchte erstmal die defensive stabilisieren das funktioniert ganz gut aber auch weil leverkusen mit dem gebotenen raum noch nicht umgehen kann was ungewöhnlich ist eigentlich eine stärke von leverkusen heute schaffen sie das noch gar nicht auf den rasen zu bringen ein nadelstich von mainz würde jetzt dem spiel vielleicht auch ganz gut tun mateta zu danny latzer fehlpass dem hierbei latzer aber nochmal latzer wird da von dem hierbei nicht getrennt vom ball radetzky hat den ball wir schauen nach augsburg sehr gute möglichkeit gerade für leipzig antrelino aus spitzenwinkel geht da das volle risiko mit seinem starken linken fuß und da fehlte dann nicht viel abstoß aber nur für den fca augsburg dabei rausgesprungen leipzig feuert hier aus allen lagen und das ist ein äußerst schwerwiegender fehler vorsberg antrelino eben hat er blut geleckt und jetzt macht er es 34 minuten 0 zu 2 was für ein fehler in der defensive beim fca augsburg da lauern sie drauf und werden belohnt 0 2 hier das ist jetzt doch eine eindeutige angelegenheit erstmal in berlin ist es noch etwas knapper das ist es 0 zu 1 hier nach wie vor der treffer von kalajic hat für die führung gesorgt beim vfb stuttgart und sie bleiben hartnäckig eckball eigentlich nicht schlecht auf den 16er aber luke bakio steht da einzig und allein mittelstedt dann über die linke seite sollte sich da nicht unbedingt in bedrängnis bringen wieder spielerisch lösen boyata bringt sich da in bedrängnis haben wir eben auch schon in augsburg gesehen da ist das nicht gut gegangen jetzt hier gerade können sie sich damit etwas vor tun auch lösen und das geht in die andere richtung cordoba raus zu zerfuig pekarik die beiden beackern hier heute die rechte außenbahn guter laufweg und nun ja jetzt der pass zu tussar und ausgleich das ist der etwas schmeichelhafte treffer für die hertha aus berlin der vfb stuttgart eben noch vorne mit einer ecke dann geht es in die andere richtung es war jetzt kein d zug der da lief aufs tor von gregor kobe aber der vfb stuttgart hatte keinen zugriff da lohnt sich das risiko hinten raus zu spielen von wildstedt und boyata 1 1 hier in freiburg stets noch 1 zu 0 für die gastgeber das fünf minuten vor der pause das resultat nils petersen sieht schon wieder und will schon wieder siegen roland salai schöner pass zu jonathan schmid quergelegt den muss er selber machen den muss er doch selber machen da ist friedel in der mitte passt gut auf klärt das dann aber den muss jonathan schmid selber machen mit seiner abschlussqualität spricht natürlich dafür in was für einem kollektiv hier gearbeitet wird beim sc freiburg das ist in jedem bundesliga verein so aber in freiburg möglicherweise noch ein stückchen mehr trotzdem den muss er sich eigentlich in hoffenheim in hoffenheim hat sich jetzt einer wieder einen selbst genommen und das war jude bellingham und wie er sich den genommen hat das müssen wir uns unbedingt noch einmal anschauen 0 zu 2 hier der bvb auf dem weg zu den neun punkten nach vier spielen schön gemacht witzel an beiden toren beteiligt den legt er vor bellingham drischt den unter die latte da ist oliver baumann sogar noch mit den fingerspitzen dran kann aber nicht mehr entscheidend eingreifen und muss jetzt den ball aus dem netz fischen 0 zu 2 also hier das resultat die tsg aus hoffenheim droht jetzt nach zwei siegen mit zwei niederlagen in diese saison zu starten also sechs punkte nach vier spielen das ist momentan die marschroute richtig glücklich ist man damit nicht mehr nachdem man am zweiten spieltag hier so groß die bayern mit 4 zu 1 geschlagen hat und wir schauen noch mal schnell in freiburg vorbei der ausgleich niklas füllkrug mit dem 1 zu 1 der erfolgreichste torschütze beim sv werder bremen machte stark wird da von sargent bedient schließt dann ab gegen müller flacher harter schuss überhaupt nicht zu halten auf den anderen plätzen ist bereits halbzeit hier dürfte es dann auch nicht mehr lange dauern wird maximal noch mal angefiffen Völkow freut sich kann er auch machen wenn der mal verletzungsfrei bleibt dann wird er wohl zweistellig treffen können in dieser saison also hier steht es unentschieden der sc freiburg äußerst unglücklich über diesen späten ausgleich aber sie haben ja noch 45 minuten zeit das ganze zu bereinigen wir schauen in der halbzeit einmal kurz auf die zwischenresultate und freuen uns dann auf hoffentlich weitere spannende zweite 45 minuten jo hier seht ihr einmal die ergebnisse im überblick lasst doch gerne einen daumen nach oben und ein abo da wenn es gefällt würde mich auf jeden fall freuen ansonsten schaut auch gerne bei meinen anderen videos vorbei karriere beispielsweise und ansonsten viel spaß bei der zweiten halbzeit und danke euch fürs reinschalten zurück in der konferenz wir starten bei dem einzigen torlosen spiel und zwar der erste fsv mainz 05 gegen bayern 04 leverkusen soll das hier tatsächlich für leverkusen das vierte remi im vierten spiel werden für mainz wäre es der erste punkt vielleicht ein teilerfolg aber eigentlich muss man jetzt erstmal gewinnen da hilft dann ein 0 zu 0 gegen leverkusen daheim auch nicht wirklich viel es war nicht so groß der druck drauf in diesem duell im ersten abschnitt leverkusen bemühter mainz aber nicht unbedingt ungefährlicher bedeutet aber auch dass leverkusen an sich selbst wenig gefährlich war vielleicht kommt es ja jetzt etwas besser schalzer rangis wird aber da kommen sie einfach nicht durch und dann scheuen sie sich die flanke zu schlagen das ist alles ja bis dahin gut gespielt und dann dabei verloren wir geben ab hier haben wir immerhin schon zwei treffer gesehen allerdings ungleich verteilt die erste führen mit 2 zu 0 das ist verdient der fc augsburg ist jedoch klar unterlegen gegen individuell besser besetzte leipziger die idee die idee hier jetzt nach vorne zu spielen nicht so schlecht aber zu ungenau jetzt gibt es einen wechsel strobel kommt für goezo beim fc augsburg sorgt in der defensive vielleicht nochmal für etwas mehr ordnung und mehr stabilität aber die akzente die wichtigen akzente müssen jetzt nach vorne gesetzt werden und die kommen momentan eher von leipzig danni olmo ja kevin kampel dreht sich da schön fantastischer pass und murkiele mit der entscheidung 57 3 0 rb hier sensationell diese drehung dann dieser pass was was für eine übersicht 0 3 kickewitz kommt nicht mehr ran hier dürfte wohl nichts mehr anbrennen für die gäste ein sehr deutliches resultat 0 zu 3 in berlin sieht es ganz anders aus hier steht nach wie vor ein 1 zu 1 die hertha konnte ausgleichen den treffer von kalajic boah auch das hier spielerisch wieder ja mit risiko kobe in den kopf auf den kopf von darina cordoba schnell umgeschaltet zepuik das gibt es ja nicht 2 zu 1 für die hertha und grigor kobe ist hauptverantwortlich für diesen gegentreffer sehen wir auch gerade selbst das weiß er selber das darf niemals passieren dann ist der pass auch gut er kommt raus wird zu allem überfluss auch noch getunnelt von zepuik bittere kann es für stuttgart nicht laufen 2 1 liegen sie hier jetzt erstmal zurück in freiburg steht es nur 1 zu 1 freiburg will daran gerne was ändern günther über links stunde von der uhr lukas söhler bringt den ball in die mitte aber erstmal geklärt gibt es eine kontersituation schon hat viel platz über rechts verliert ihn dann aber auch wieder bremer war weiterhin im ball besitz vierer fünfer kette steht da bittencourt augustinsson dann im abseits ja erleben wir hier häufiger beim sv werder bremen dass da eine abseitsposition vorherrscht wenn es gerade mal etwas besser oder spannender werden könnte in einzelnen situationen jetzt gibt es hier erstmal den ein oder anderen wechsel höhler sergeant gehen osako und grifo kommen also wir wechseln von hier nach hoffenheim schauen einmal auf die zwischenresultate nach 63 spielminuten ein spiel das gibt es noch ohne einen treffer nach wie vor der erste fsv mainz 05 und leverkusen haben sich nicht dazu rumregen können ein treffer zu erzielen vielleicht gelingt das ja in der schluss halben stunde hier steht es 0 zu 2 es ist doch eine relativ deutliche angelegenheit dortmund macht das überragend gut liegt hier in der höhe auch verdient mit 2 zu 0 in führung und hoffenheim hat probleme dabei hier nochmal zurück ins spiel zu finden aber ein schneller anschlusstreffer könnte nochmal für spannung sorgen Florian grilic zu viel platz für klaus grilic wo ist die anspielposition grilic verliert den ball das geht dann doch zu einfach der bvb wieder in der gegen tor an freiburg und schnell nach freiburg der joker sticht der sc freiburg geht durch vincenzo grifo zum zweiten mal in führung an diesem samstagnachmittag wird auf links vergessen da wird da gibri selassi glaube ich geblockt neben bomb ist es kommt dann nicht mehr rein in den zweikampf und kann grifo nicht am treffer hindern 2 1 hier wir schauen eine station weiter der erste fsv Mainz 05 will hier jetzt doch den ersten sieg es gab schon die ein oder andere möglichkeit jetzt Leverkusen mit diesem 0 zu 0 tatsächlich gut bedient das ist kein gutes bundesligaspiel alles in allem Matheta Matheta na immerhin mal das siebzigste minute den verreißt er dann aber doch in der wiederholung gesehen recht deutlich so sieht es hier momentan weitestgehend aus noch 20 minuten auf der uhr das hier wird auf jeden fall ehrlich gesagt kein mitreißendes spiel mehr wir geben lieber nochmal schnell ab nach Augsburg das hier war lange Zeit ein mitreißendes Spiel es ist immer noch in Teilen mitreißend es ist nur einzig und allein nicht mehr spannend hier steht es 0 zu 3 dementsprechend sind wir hier nochmal kurz vor der Schlussphase werden vermutlich den Fokus nicht mehr hier drauf richten denn hier ist alles gegessen Augsburg muss verhindern hier jetzt komplett unter die Räder zu kommen das 4 zu 0 wäre schon möglich gewesen wir haben es gerade gesehen und RB Leipzig kommt schon wieder die haben noch Hunger jetzt bevor es dann in der nächsten Woche in die Champions League geht Nori Mukiele über die rechte Seite sein Treffer hat er erzielt schöner Akzent hier aber von Strobel per Kopf geklärt man möchte jetzt auch zu 0 spielen aber das Risiko nach vorne geht man trotzdem noch der FC Augsburg mit Platz aber da wird etwas zu langsam nachgerückt vielleicht jetzt Niederlechner von Bokasson Ball links raus schön gespielt Caligiuri die Flanke aber abgewehrt 0-3 hier 2-1 in Berlin Viertelstunde noch auf der Uhr die Härte ist gefährlicher momentan der VfB Stuttgart aber aufgrund des Ergebnisses eben auch immer noch nicht abzuschreiben Massimo in der Mitte wäre eigentlich Platz den Ball hätte er viel früher suchen müssen der jetzt erst kommt Mangala Castro Massimo ist frei Flanke gespielt in der Mitte lag gerade einer da wird sich dann auch beschwert aber momentan kein Grund da scheinbar einzugreifen Mangala die Davi und jetzt die Hertha Cordoba mit Mittelstädt dabei Santiago Ascaciba zieht in den Strafraum ein und provoziert einen Strafstoß Carazón mit dem Foulspiel im 16er an der Kante ist ja immer unnötig ja der Kontakt ist da Gibt da so einen verkappten Pferdekuss ab Kalajcic geht der Torschütze dafür Alga Dui aber jetzt kann hier schon alles vorbei sein Cordoba aber nur an die Latte Cordoba nur an die Latte Szene aber noch heiß Pekarik Darida nein der VfB Stuttgart bleibt im Spiel weil Cordoba einen Ball an die Latte setzt und Darida vorbeischießt so 2-1 nur noch hier oder weiterhin hier und in Hoffenheim wird es da nochmal spannend vermutlich eher nicht denn der BVB schafft es wirklich Torchancen der Sinsheimer nahezu gänzlich zu verhindern stattdessen hatte man eben einen überragenden Freistoß den Hummels aus rund 25 Metern an die Latte gesetzt hat toller Freistoß verpasste das 0-3 Felix Pazlak reingekommen haben wir noch gesehen im Anschnitt Flanke zu Dahoudi ist ja optimal das gibt es nicht wie schön ist das gemacht 0-3 Mo Dahoudi das wird ihm gut tun aber wie überragend ist diese Flanke von Pazlak dann wie Dahoudi den Ball auch runter nimmt man möchte ja nicht zu sehr schwärmen klar Dahoudi hat da viel zu viel Platz weil Brun Lars nicht einrückt toll runtergenommen schnell abgeschlossen vorbei an Baumann 0-3 richtig gut gemacht also ja hier ist alles klar wir möchten lieber dahin schauen wo die Ergebnisse noch nicht so klar entschieden sind Bremen kommt nochmal versucht es zumindest in den letzten Zügen dieser Pazzi den Ausgleich zu erzwingen der SC Freiburg schafft aber immer wieder auch Entlastung igelt sich also nicht hinten ein will trotzdem gerne diesen Dreier verteidigen Roland Salai lange Ballbesitzphase das gibt Zeit das spendet Kraft Petersen mit der Hacke zu Santa Maria der legt nochmal raus Günther Santa Maria stört zumindest so dass nicht schnell rausgespielt werden kann Chong über rechts Osako viel Platz über die rechte Seite zwei Minuten gibt es oben drauf aber die Nachspielzeit eben auch doch arg begrenzt jetzt muss es kommen Davy Selke Fehlpass das war es dann wohl schlampig umgegangen mit dieser Möglichkeit Selke spielt Lienhard einfach nur in den Fuß es endet hier mit 2 zu 1 es läuft aber noch auf einem Parallelplatz in Berlin läuft es noch als einziges aber auch nicht mehr lange der VfB Stuttgart verzweifelt momentan an der Defensive der Hertha die Davy der Ball muss in die Mitte Scholinow da kommt die Flanke Mangala kommt aber nicht ran und das war es jetzt also auch von hier die Hertha gewinnt mit 2 zu 1 da unten haben wir die anderen Resultate doch einiges passiert 4x3 Tore unterschiedlich verteilt und einmal ein torloses Remi in Mainz hilft beiden Mannschaften nicht so weiter hier ist nur die Hertha glücklich der VfB Stuttgart hat gut mitgespielt aber am Ende dann doch auch nach Führungstreffer verdient verloren das war es aus der Konferenz bis jetzt gibt es noch die Zusammenfassung aller anderen Partien bleiben sie am Ball nach 6 Punkten in 3 Spielen deutete sich hier für beide Mannschaften erstmal ein ausgeglichenes Spiel an der BVB aber wollte das Ganze hier dominieren und machte das auch so schlugen sie in der 23. Minute zu in Person von Axel Witzel der sich da gegen 2 Abwehrspieler behaupten kann und dann auch mit einem wuchtigen Schuss an Baumann vorbeikommt und es war vor der Pause klar in der Hand des BVB was hier geschehen sollte Axel Witzel legt rüber zu Jude Bellingham und das ist ein fantastisches Tor für den jungen Neuzugang Baumann zwar mit den Fingerspitzen dran aber ohne große Möglichkeiten Zweiter Durchgang weiterhin in der Hand des BVB und fast mit einer wunderbaren Krönung von Mats Hummels 23 Meter Torentfernung super Schusstechnik hat man auch nicht jeden Spieltag so einen Freistoß von Mats Hummels das war richtig knapp aber der BVB hatte die Dominanz komplett über die 90 Minuten Felix Pazlak reingekommen schöner Ball zu Dahoud reingekommen reingemacht 0 zu 3 85. Minute die Entscheidung in diesem Duell 5 Minuten vor dem Ende auch das 2 zu 0 war eigentlich schon ein gutes Ruhepolster weil Hoffenheim nach vorne viel zu wenig produzierte es endete hier am Samstagnachmittag verdient mit 0 zu 3 auch in der Höhe geht das absolut in Ordnung Hoffenheim nach 2 Siegen zum Auftakt jetzt mit 2 Niederlagen der SC Freiburg hat den SV Werder Bremen zu Gast am Samstagnachmittag und die Breisgauer wollten den Fauxpaus der Vorsaison beim 0 zu 1 wieder gut machen und es sah auch nicht schlecht aus was sie gemachten Manuel Gulde sehr offensiv dabei Petersen in die Lücke geschickt der steht nicht im Abseits und macht gegen seinen Ex-Klub das 1 zu 0 in der 21. Spielminute löst sich genau im richtigen Moment Gebre Selassie ist dran aber nicht mehr entscheidend vor der Pause dann aber die Elf von Florian Kohfeldt Eggestein, Santa Maria vor die Füße von Sargent der legt Handlung schnell rüber zu Niklas Füllkrug und in der 2. Minute der Nachspielzeit erzielt der dann den Ausgleich die zweite Halbzeit dann wieder etwas pro Freiburg Santa Maria immer wieder im Mittelpunkt Höfler zum eingewechselten Grifo und der macht den 2 zu 1 Führungstreffer die zweite Führung für den SCF stark gemacht keine Chance hier für Pavlenka der dahinter sich greifen muss auch zum Ende hin kam vom SV Werder Bremen nach vorne zu wenig der SC Freiburg hier mit Petersen die Chance auf dem Fuß das alles noch früher klar zu machen in der 80. Pavlenka hatte etwas dagegen sollte aber nichts mehr machen der SC Freiburg bringt das hier verdientermaßen mit 2 zu 1 über die Ziellinie Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart das sind 3 Punkte aus Hertha Sicht gegen 4 Punkte aus Stuttgarter Sicht die Schwaben also deutlich besser in die Saison reingestartet so auch hier in diese Partie Sasaka Leicic mit dem 1 zu 0 der junge Mann der richtig überzeugen kann jetzt schon zu Beginn in dieser Bundesliga Saison ein Juwel beim VfB die Hertha brauchte dann aber vor der Pause noch mit dem Ausgleich durch Lucas Toussaint 39. Spielminute da ist er in der Mitte einfach zu frei hat auch einen guten Laufweg wird von Endo alleine gelassen Karasor nicht Handlungsschnell genug Fehler von Kobel im zweiten Durchgang dann Cordoba zu Zifuik es geht ganz schnell und das ist für die junge Mannschaft vom VfB Stuttgart dann noch etwas Lehrbuchmaterial zum Lernen wenn der Ball nicht rausgespielt werden kann dann Drisch ihn doch einfach weg es gab die Möglichkeit zur Vorentscheidung Cordoba mit dem Elfmeter an die Latte Szene noch nicht geklärt Wladimir Darida vorbei klar in dieser Szene muss irgendwie das 3 zu 1 fallen doch die Hertha brachte das Ergebnis dann auch ohne diesen Treffer über die Ziellinie gewinnt hier mit 2 zu 1 dreht diese Partie zeigt Moral und gewinnt hier dann nicht unverdient Turbulente und eher unzufriedene Zeiten hat man auf beiden Seiten dieses Duells Mainz gegen Leverkusen und der erste Durchgang dann auch eher unterdurchschnittlich hier mal eine der wenigen Möglichkeiten für Leverkusen Leverkusen wird schöner Ball zu Diaby aber der Ball wird dann komplett zentral auf Zentner geschossen sodass keine wirkliche Gefahr entsteht aber Leverkusen im ersten Durchgang etwas die bessere Mannschaft Schöne Flanke Kopfball von Alario in der 38. Spielminute immerhin nochmal ein Kopfball auf das Tor von Zentner der den Ball hier aber auch halten muss Beide Mannschaften noch ohne Sieg Mainz allerdings auch ohne Punkt das wollten sie jetzt hier ganz anders machen hat man in der 65. Minute mal einen guten Spielzug auf Lager ein Treffer hätte aber so oder so nicht gezählt Abseitsposition von Boetius nicht mehr viel Zeit 20 Minuten noch auf der Uhr der einzige Treffer der hier fallen sollte würde wohl die Entscheidung bedeuten aber auch Matheta hatte ihn nicht mehr auf dem Fuß Schoss vorbei und so endete das Ganze hier etwas trostlos mit 0 zu 0 keine Tore, keine Sieger aber auch keine Verlierer hat auch das Spiel nicht verdient gehabt der FC Augsburg ist die Überraschungsmannschaft der Liga 7 Punkte nach 3 Spielen RB Leipzig hat auch dieses Resultat erzielen können ist aber nicht so überraschend und auch nicht überraschend dass sie hier erstmal besser aufspielten 20. Minute Emil Forsberg mit dem 1 zu 0 für die L von Julian Nagelsmann auch wenn der FC Augsburg hier vor der Länderspielpause im ersten Heimspiel der Saison Dortmund mit 2 zu 0 geschlagen hat hier waren sie doch weitestgehend unterlegen 24. Minute dann mal die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich von Niederlechner der scheitert aber an Gulaschi Stattdessen Leipzig eiskalt im Stile einer Spitzenmannschaft André Lino hatte kurz vorher schon eine riesige Möglichkeit jetzt macht er den Ball rein und lässt Giekewitz keine Möglichkeit Zweiter Durchgang RB Leipzig hatte jetzt noch ein bisschen mehr Spielkontrolle die ist noch weniger nach hinten zu Kevin Kampel, schöne Drehung, schönes Auge Treffer 0-3 in der 57. und jetzt war das hier doch schon etwas gegessen das Ganze der FC Augsburg braucht jetzt 3 Treffer und das war doch relativ aussichtslos zumal Leipzig auch nicht aufsteckte Olmo mit dem Kopfball aus 16 Metern richtig gut gemacht super gedrückt aber dann am Tor vorbei es blieb beim 0-3 ein sehr deutliches Resultat das aber auch so in Ordnung geht der FC Augsburg hatte vereinzelt Möglichkeiten aber mehr als ein Ehrentreffer wäre hier auch nicht verdient gewesen Donnerstag Pokal Samstag Abend gibt es dann Bundesliga und nächste Woche dann wieder Champions League der FC Bayern hat ein heftiges Programm und das sieht man wirklich mittlerweile auf diesem Fußballplatz halbe Stunde hier schon gespielt Arminia Bielefeld machte den Bayern das Leben so richtig schwer die Offensivaktion gab es eigentlich nicht Suku hier mal mit einem Kopfball vorbei zur Pause stand es 0-0 Bayern nicht mit einer B-Elf oder ähnlichem aber einfach Kräfte die fehlten 2. Halbzeit wurde jetzt besser Goretzka wunderbarer Pass Gnabry und so schnell geht es ein Geniestreich reicht um in Führung zu gehen gegen den Aufsteiger 51. Spielminute Ortega geschlagen der FC Bayern machte wirklich nur das Allernötigste und das sah man in dieser Partie ist ja auch irgendwo verständlich bei diesem Kalender Bielefeld aber witterte die Möglichkeit Prietl schöner Ball zu Cordova Sergio Cordova Riesenchance und auch das hat der FC Bayern immer wieder drin diese Fahrlässigkeit nach hinten hier wird sie fast bestraft vom Linksaußen der Arminia und wieder Bielefeld hier hatten sie wirklich Morgenluft gewittert Fabian Klos Fabian Klos natürlich er 69. Minute das 1 zu 1 für Bielefeld gegen die Bayern und es war verdient die erste Hälfte ja schon tendenziell eher pro Bielefeld und im zweiten Durchgang nach dem Rückstand fanden sie richtig gut jetzt rein und hatten auch die Tormöglichkeiten und sie hatten jetzt richtig Blut gelegt Prietl Klos Doan legt nochmal rüber wunderbar aber Bayern hat auch immer noch Manuel Neuer zwischen den Pfosten das darf man einfach nicht vergessen der einen hin und wieder mal rettet hier bekommt er den Ball an die Seite also auch etwas Glück aber das ist das Glück des Tüchtigen Schlussphase Cedric Brunner Fehler von Hernandez unter Druck gesetzt dann geht es ganz schnell es geht viel zu schnell und das ist richtig bitter 90. Minute Brunner mit dem Fehler Davis leitet schnell weiter Lewandowski legt auch nochmal quer da ist Serge Gnabry völlig frei am zweiten Pfosten das ist das Spiel von Arminia Bielefeld spielerisch hinten raus kombinieren aber in der 90. Minute gegen den FC Bayern ist das halt tödlich 2 zu 1 gewinnt der FC Bayern München und wie sie das mal wieder gemacht haben wissen sie wahrscheinlich selbst nicht Samstag 20.30 Uhr Bundesliga Zeit an die man sich auch erst einmal gewöhnen muss aber so ist es nun mal Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg hier im Borussia Park die erste Chance gehörte aber den Gästen das wollte Gladbach und Marco Rose nicht so gut gefallen aber sie haben ja immerhin noch Jan Sommer hinten drin der für sowas bereit steht Gladbach brauchte eine knappe halbe Stunde um hier rein zu finden Benze Baini dann zu Plea und das ist dann doch wieder überragend gespielt 29.1-0 für Gladbach Plea legt ihn blind in die Mitte weiß dass Stindl da irgendwie auftauchen wird und der nickt ein setzt sich da durch gegen Brooks im Kopfballduell nicht unbedingt ein positives Zeichen für Brooks vor der Pause aber die Möglichkeit zum Ausgleich Schlager zu Werhorst trifft aber nur das Aluminium war kein Abseits wird auf der linken Außenbahn aufgehoben von Benze Baini und dann trifft Werhorst nur das Aluminium ärgerlich für Wolfsburg das Unentschieden wäre hier zur Pause durchaus verdient gewesen und auch im zweiten Durchgang wollten sie nicht aufstecken mussten dann aber diesen Konter hier von Gladbach mit anschauen über Markus Thüram der hat da viel Platz zieht in den Strafraum ein La Croix macht es da für Castells gefährlich ist aber wichtig dass er da hingeht wenn er einfach durchläuft dann heißt es hier wohl 2 zu 0 und Entscheidung Stattdessen Wolfsburg weiterhin im Spiel mit Hussion Flanke und Werhorst mit dem Kopfball aber er im Abseits und der Abschlag hier von Jan Sommer er geht in einen Konter über Markus Thüram Neuhaus Thüram Neuhaus Thüram Kuhn Castells nochmal mit der Parade in der 85. Minute pariert den Ball fischt den da raus verhindert die vorzeitige Entscheidung aber es änderte nichts mehr am Resultat Wolfsburg verliert hier in Gladbach ist zwar auf Augenhöhe aber versäumt eben den Treffer zu erzielen also 1-0 hier für die Fohlenelf der 1. FC Köln ist wirklich albtraumhaft in diese Saison gestartet und von der anderen Seite grüßt Eintracht Frankfurt da ist man doch den Erwartungen vielleicht sogar etwas übermäßig gerecht geworden und das zeigten sie auch hier mit einer breiten Brust von Beginn an 4. Spielminute André Silva mit dem 1 zu 0 wunderbare Drehung da herum um Sörensen dann ein ansatzloser Abschluss nicht zu halten für Timo Horn der Ball schlägt perfekt ein Köln aber hatte jetzt nicht wirklich Angst zitterte nicht hatte eine gute Reaktion auf Lager fast das 1 zu 1 durch Andersson schön von Rex Bescheid vorgelegt aber überragende Parade von Kevin Trapp der da schnell auf dem Boden ist Frankfurt war aber schon die bessere Mannschaft Bas Dost zu Zuba noch mal zu Silva gelegt André Silva momentan wirklich in bestechender Form langte aber bis dato erst mal nur zu einem Treffer der ja eben schon nach 4 Minuten fiel aber Köln zeigte eben auch dass es nicht so eindeutig war wie man vielleicht hätte erwarten können denn in der 54. Minute hatten sie dann den Ausgleich parat 1 zu 1 Dominik Drexler vorbei an Kevin Trapp Frankfurt die passende Antwort nein durch Steven Zuba zwar ein guter Freistoß aber nicht gut genug Timo Horn hält den Ball sogar fest jetzt aber dann doch das 2 zu 1 73. Minute Frankfurt kombinierte sich da gut durch das ging etwas zu schnell Kamada mit einem Hackenpass perfekt zu André Silva 2 zu 1 für die Gäste jetzt hatte Köln aber auch nicht mehr dagegen zu setzen Rode Steven Zuba mit dem 3 zu 1 in der 81. Minute entscheidet hier diese Partie für die Gäste der 1. FC Köln also nach wie vor in äußerst misslicher Lage und Frankfurt die spielen jetzt erst mal ganz oben mit zum Abschluss zum Abschluss des vierten Spieltags traf der FC Schalke 04 auf den ersten FC Union Berlin die Schalker hier früh unter Druck sie müssen jetzt endlich mal abliefern unter Baum das erste Heimspiel das hier ist aber Max Kruse der da erstmal den Gastgebernstrich durch die Rechnung macht da zeigt er seine individuelle Qualität schließt ab geht da noch ein bisschen zu einfach gegen Sané über eine halbe Stunde jetzt schon gespielt der FC Schalke 04 brach immerhin nicht komplett auseinander das positiv zu beanstanden Bentaleb Uth an den Pfosten Nachschuss aber man hat dann eben auch Pech wenn man da unten steht der Nachschuss muss aber trotzdem sitzen vor der Pause dann nochmal die eisernen Ingwatzen zu Max Kruse schöner Pass zu Grisha Prömel aber da ist Frederik Rönneau der den Ball parieren kann wehrt ihn zum Eckball ab aus dem resultierte dann nichts es ging also mit diesem 0 zu 1 in die Pause das war doch schon ein erheblicher Nackenschlag für den FC Schalke 04 die sich aber zumindest bis dato noch nicht aufgegeben hatten und weiter dran glaubten hier zumindest den ersten Punkt der Saison zu holen 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang Bentaleb zu Paciencia Karius mit der Parade Nachschuss Nachschuss das muss es dann doch sein einmal das hier gut gespielt und dieser Ball der muss einfach sitzen wir springen schon in die Schlussphase Flanke Verzweiflungstat aber es wird trotzdem gefährlich 85. Paciencia der aber auch wieder mal abseits steht alles alles doch sehr unglücklich hier beim FC Schalke 04 vielleicht der Lucky Punch sowas kann dann auch nochmal Kräfte für die nächsten Wochen mobilisieren Mark Uth zu Paciencia der Pass aber zu ungenau in die Arme von Karius und das war's dann Schalke verliert mit 0 zu 1 gegen den ersten FC Union Berlin die Gäste starten richtig stark in diese Saison und Schalke hat immer noch 0 Punkte das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da würde mich auf jeden Fall freuen ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten bis zum nächsten Mal schaut gerne bei der Bielefeld Karriere rein das würde mich auch freuen bis zum nächsten Mal und Adios bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal